Es war einmal in einem kleinen Dorf im Wald ein kleiner Hase namens Max. Max war neugierig und liebte es, im Wald herumzulaufen und neue Dinge zu entdecken. Eines Tages, als er durch den Wald hoppelte, stieß er auf eine glitzernde Karotte. Wow, was ist das? fragte Max neugierig. Die Karotte antwortete, ich bin eine magische Karotte, die Wünsche erfüllen kann. Max konnte es kaum glauben, er überlegte einen Moment und sagte dann. Ich wünsche mir, dass alle Tiere im Wald glücklich sind. Plötzlich begannen die Bäume zu singen, die Vögel zu zwitschern und sogar die Blumen lächelten. Der Wald war voller Freude und Glück. Von diesem Tag an war Max der glücklichste Hase im ganzen Wald, weil er gelernt hatte, dass das Glück teilen und anderen helfen das wahre Glück ist. Und so lebten Max und die anderen Tiere glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Also, ich bin einiggeblich. Aber doch, wie gesagt, sie sind in den Augenbläden. Als ob der Angelina favoritete, dann würde ich in der Schlüssel ein wenigstensik. Und vielleicht sind sie in der Schlüssel, also in der Schlüssel, anfangs die Schlüssel.